Also du bist mehr so der ruhige Typ, oder was? Ah, genau wie ich. Ich konzentriere mich immer, habe immer die Gedanken ganz auf der Straße, ohne viel darüber zu quatschen und so, weißt du? Zentrale mögliche Code 6 hat mich gerade passiert. Ich versuche ihn zu identifizieren. Vorsicht, Kopf! Hoche dringend, Verstärkung 1044. Geh dir ein bisschen Schrotthoffen an, Baby. Hey, die Cops sind da. Ich versuche sie abzuschütteln. Gib Garten! An alle Straßenwarnungen, wir haben eine Kurs 3-Verfolgung. Freie Einheiten bitte melden und zur Verfügung halten. Verdächtiges Fahrzeug ist ein silberner Sportwagen. Wir brengen ihn aus. Überholt ihn und bildet ihn 75. Lass ihn nicht dabei. Könnt ihr eine 1073 organisieren? Alleine kann ich diesen Typ nicht stoppen. 1020, Einheit aufgefallen. Wir brauchen mehr Verstärkung. 410, bitte meldet eure aktuelle Lage. Wir brauchen mehr Verstärkung. Wir brauchen mehr Verstärkung. Ja, danke. Verdächtige lokalisiert. Leider, weibliche Kollision, aber wir sind okay. Verdammt, haben wir gerade eine Einholzverlauf. Alle Einheiten der Code-3-Verfolgung. Der Verdächtige wurde zuletzt gesehen in Fahrtrichtung Norden. Absperrung erfolgt um das Zielgebiet. Einsatzkoordination erfolgt über PAC-2. Köln 4-Zentrale. Hey, wir müssen uns unbedingt treffen. Ich hab dir die Koordinaten für einen Unterschlupf geschickt. Da triffst du mich. Darius überlässt dir seinen Unterschlupf. Dort kannst du deinen Wagen reparieren oder dich zur Not verstecken. Du brauchst einen Partner. Sieht so aus, als wäre ich das. Komm, ich erklär dir alles. Das ist, als wäre ich das. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hey, wie lange hast du denn gebraucht, bis du mein Geld ausgegeben hast? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bin immer nach Kontrolle. Überlöckung des Vectors absperren. Er ist beendlich. Bestätige. Der Verdächtige wurde zuletzt gesehen in Richtung Norden. Die Sperrung des Vectors ist genehmigt. Einsatz wechselt auf TAC-3. Verlöckung des Vectors. 477, fahrt vor und haltet euch bereits im Zugliff. Zentrale, könnt ihr Einheiten für eine Routine in eurem Gipfel noch ausschicken. Wir sind getroffen! Er hat uns getroffen! Wir sind nicht mehr in den Wagen gerannt! Versuche die Verfolgung aufzunehmen! 1, 2, 1 und 1. 1, 2, 1 und 1. 1, 2, 1, 2. 1, 1, 2, 1, 2, 1. Einer, der Einfahrtswagen ist ausgefallen. 10.33, ich brauche dringende Unterstöpfung, schickt mehr Einheiten. 10.33, ich brauche dringende Unterstöpfung, wenn das Chaos nicht wegräumt, bevor der Verkehr dichter wird. 10.34, ich brauche dringender Unterstöpfung. Information für die Verfolgergruppe, das Fahrzeug wurde zuletzt gesehen inkbrannt. Die Kappien, Hülle schickt alle her. Lass uns den Tribübel holen und deine Pläne 65 bilden. Abschuldige Verhören, schickt drei Leute, die das Gebiet durchstollen. An alle Einheiten, der Verdächtige wurde zuletzt gesehen in Fahrtrichtung Süden. Absperrung des Sektors im Radius von 10 Meilen ist durch die Einsatzleitung genehmigt. Einsatz ist weiterhin Code 6. Zielpositionen eventuell anpassen. Alles weitere findet ihr auf eurem Schirm. Alle an der Verfolgung beteiligten Einheiten. Einsatzleitung ordnet an auszuschwemmen. Mehrmittent Samuels. Musik Fertiglich ist zur Hölle, Stuttgart im Radiusz. Abner In 1 Schirm. Erektige Verhören, 2 Spielen. Gäste im Radiusz, 2 Spielen. Fröhliche Verhören, 1 Spielen, 1 Spiele. Erektige Verhören, 1 Spielen. 2 Spiele. Demnprodukt 3 Spielen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020